Mit den Niederlagen gegen den FC Bayern und RB Leipzig hat Borussia Dortmund innerhalb von einer Woche die Euphorie im BVB-Lager komplett zerstört. Und das ist wahrscheinlich noch milder ausgedrückt. Mittlerweile hat sich auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dazu geäußert und dabei eine deutliche Ansage an die Führungsspieler hinterlassen, die wie ich finde, sehr tief blicken lässt. Und zwar sagt er in Bezug auf das Leipzig-Spiel folgendes. Das war in der ersten Hälfte eine Nichtleistung. Wir hatten zwei Chancen auf einen Titel und haben eine davon leichtfertig weggeworfen. So darfst du in einem K.O.-Spiel einfach nicht auftreten. Die Frage ist, warum die Mannschaft leichtfertig niederreißt, was sie sich acht Monate lang mit harter Arbeit aufgebaut hat. Wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die Führungsspieler sein wollen und es eigentlich auch können. Das haben sie in dieser Saison auch schon gezeigt. Ob du ein Führungsspieler bist, zeigt sich aber auf dem Platz und nur da. Alle sind jetzt aufgerufen, eine deutliche Reaktion zu zeigen. Und ja, damit bringt es Watzke im Grunde auf den Punkt. Fakt ist, dass alle Führungsspieler, egal ob Marco Reus, Mats Hummels oder Niklas Süle, komplett unsichtbar waren. Zumindest als es darauf ankam. Der Einzige, der halbwegs versucht hat, die Mannschaft mitzureißen, war dann noch Emre Can. Der noch vor weniger als einem halben Jahr zu den Abschiedskandidaten gezählt hat. Und das kann es doch nicht sein, ganz ehrlich. Marco Reus beispielsweise bei aller Liebe und Respekt vor seinen Leistungen in den letzten zehn Jahren beim BVB, ist doch maximal ein symbolischer Kapitän. Die Rolle hat er in meinen Augen nur, weil er die Identifikationsfigur des Vereins ist. Er war noch nie ein Antreiber, noch nie ein wirklicher Kapitän. Sorry, aber hier muss der BVB reagieren. Nächste Saison muss es an dieser Position eine Änderung geben. Punkt. Eigentlich schon in dieser, aber das wird nicht passieren. Und jetzt mal im Ernst. Der BVB hatte in den letzten zehn Jahren ein ums andere Mal zumindest mal die Chance, mehr zu schaffen. Und ist dabei eigentlich immer an sich selbst gescheitert. Und auch diesmal wäre man zu 100% selber schuld, wenn nichts gelingt. Das Problem sind nämlich nicht unbedingt die Niederlagen. Du kannst gegen Bayern und Leipzig verlieren, gar keine Frage. Die Art und Weise ist entscheidend. Und was da abgeliefert wurde, ist Borussia Dortmund unwürdig. Die Niederlage gegen die Bayern war noch am ehesten zu verzeihen. Aber gegen Leipzig hätte vor allem nach der Niederlage des FC Bayern gegen Freiburg eine klare Reaktion kommen müssen. Ein Zeichen, dass man den Titel gewinnen will. Und das habe ich zu keiner Sekunde gesehen. Kein Kampf, keine Leidenschaft, nichts. Und wenn da jetzt gegen Union Berlin keine 180-Grad-Wende kommt, dann hoffe ich, dass Watzke, wenn er schon die Spieler anzählt, auch intern Konsequenzen ziehen wird. Am Ende des Tages muss der BVB jetzt nicht zwingend Meister werden. Aber man darf schon erwarten, dass die Dortmunder bis zum Schluss kämpfen werden. Und nichts anderes müssen die Spieler jetzt in den restlichen Partien der Saison zeigen. Und zwar in jeder einzelnen. Ansonsten, wie gesagt, müssen für die kommende Saison klare Konsequenzen gezogen werden. Denn eins ist klar, so darfst du die größten Chancen der letzten Jahre nicht wegschmeißen. Das geht gar nicht. Da schützt auch die starke Serie vor den Niederlagen nicht vor. Also zumindest nicht davor, derart abzuschmieren. Aber gut, an der Stelle gebe ich gerne mal an euch weiter. Traut ihr dem BVB zu, sich jetzt schnell wieder zu fangen oder glaubt ihr, dass es es schon gewesen? Ich meine, mit Blick auf die Tabelle ist in der Bundesliga ja noch eigentlich alles möglich. Es liegt halt an den Spielern selbst zu zeigen, dass sie bereit sind für die Chance zu kämpfen. Naja, schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr bei einem Daumen nach oben freuen. Und vergesst natürlich auch nicht den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr über die Bundesliga und den BVB zu verpassen. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball.